Was ist die neue Version? Man ist viel näher an der Entwicklung dran, man weiß, was voraus zu planen ist, was kommt. Wir müssen all unsere Skripte eventuell dann an die neue Version anpassen und das auch lauffähig zu machen, damit für den Kunden garantiert ist, dass er einen nahtlosen Übergang hat von einer Version zur anderen. Die meisten Leute kennen wir schon, weil wir schon sehr lange hier mit dabei sind, aber durchaus lernen wir immer wieder neue Aspekte kennen, was andere Partner anbieten. Das ist sehr interessant.